Yoho, yoho, berühmt sein, das ist cool. Was würdest du tun? Was würde jeder von euch dafür tun? Würde dir den zweiten Trotz deinen ganzen Film synchronisieren? Nur um internetberühmt zu werden. Wer von euch würde sich eine Synchrofung angucken? Es gab eine Zeit, in der man mit einfach Videos schnell berühmt wurde. Aber diese Zeit neigt sich dem Ende zu. Warum soll ich bei euch mitmachen? Ihr wolltet mich eh loswerden. Nein, du hast es schon. Meine Zweifel haben sich verbündet und wollen mich loswerden. Wir können protestieren, aber durch Sögenvermachung trotzdem. Eine Synchrofung teil. Eins, zwei, drei und vier. Gibt's noch nicht mal draußen. Wird entstehen. So ein Projekt wurde selten ganz durchgezogen. Es wär irgendwie sicherlich so eine Idee. Dieses Projekt wird niemals gut. Geht ihr so ein, dann? Ich weiß, dass ich das zum Scheißerfahrer trage. Doch das ist mir scheißegal. Ja. Hahaha. Ja, 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 ja. Gott sei Dank, das würde ich jetzt wohl gar nicht machen.